Guten Tag und herzlichst willkommen im Bürgerhaus in Neuansbach mit der Löffel-Volkart. An den Löffeln ist heute Karl-Heinz Krön aus der Nähe von Bad Lauheim. Öfters bin ich mit Karl-Heinz unterwegs und er sorgt auch immer für Spaß und ist mit Humor dabei. Und er ist ein ausgezeichneter Senatzeuger mit viel Routine und Erfahrung. Musik 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 Musik